Das macht man ja alles beim Banzai im Team mit einfach als Champion und man spielen will ja. Du kriegst du Weeper nachher. Weeper. Weeper. Hättest du aus dem Ball? Ach komm, ist dein eigenes. Schau, ich triff ihn, bitte. Ja, was soll ich machen? Der steht da neben. Schlecht Alien. Jawohl. Die Genius Combo. Ich hab grad so viel Spaß. Zum ersten Rollen. Ich hab da eins. Ach so, das kannst du für dich. Ich hab da mit dem Chang'n und dann komme ich. Das ksehn. Was? Was ist der Damage akuma? Ich hab sogar einen gefunden in Tech Speed drinnen. Der Hund steht da, hat einen Free Smite und hat Smite, dass er zu gut ist. Oh mein Gott, ich hab den Trist einfach kühlt. Oh, 10 ulti gemacht. Oh mein Gott. 130 hat's gemacht. Doch, einen, einen. Ah, das ist ja da. Boah, das war ein WQ. Das war ein WQ. Ja, ich hab den Trist. Oh mein Gott, das war ein WQ. Oh mein Gott, das ist ein WQ. Ich habe das WQ, das war ein WQ. Ich hab gestern Walli reportet. Ich weiß aber nicht mehr warum. Ich hab immer gestern Philipp reportet. Ich glaub das war bei der AFK. War Walli gestern AFK? Ja, weil... Philipp. Philipp. Ja, du warst deswegen. Philipp. Philipp. Ich sag nur immer, ich will report euch. Weil ich reporte euch nicht, weil ich jedes Mal vergiss. Ja, jetzt ist es ja schon spät. Jetzt brauchst du nicht mehr ausreden. Ich seh egal. Weihnachten ist ja schon vorbei. Es ist Weihnachten vorbei. Nein, Weihnachten ist vorbei. Doch, klar. Ich hab safe Hobby gedruckt. Ehe fünf Minuten kannst du warten. Ja, die fünf Minuten kann ich. Hey Philipp, ich geb dir ähm... Lied. Nein, ich muss pissen. Ja, wir müssen eh fünf Minuten warten. Du pilst ja nicht zehn. Ja, wir warten auf, dass ich kacken muss. Und länger brauche. Wieso weißt du nicht vorher, dass du kacken musst? Einer. Hey, so unter dem Spiel. Hey, ich muss jetzt kacken gehen. Ja, jetzt zieht's dir jetzt hin zum Brunzen. Brunzen, dann fangen wir mal kurz drauf. Ich muss scheiße. Das hölfte Team ist weg. Renn, hörst du! Das dritte war dann der Project Soraka-Skin. Ich hab das gepackt. Hey, der kann mich in der Wand angreifen. Nein, aber ich war da. Und der hat mich wo da angegriffen. Du, was kannst du den Unterschied doch fett...